Electric Brands hat am 7.07. um 7.07 Uhr PM, also für uns um 19.07 Uhr, seinen X-Bus vorgestellt oder X-Bus. Wir wollen uns heute mal zusammen anschauen, was es von der Prototypen oder von der Studie in die Serie geschafft hat. Wenn euch das alles interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal ElektroCamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Hi, mein Name ist Stefan und ich möchte mit euch zusammen herausfinden, was die Elektromobilität für uns Camper bereitstellt. Wenn du Camper bist oder noch einer werden möchtest, abonnier diesen Kanal. Aktiviere auch die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Die Firma Electric Brands hat vor einiger Zeit die Studie E-Busy veröffentlicht. Es war eine sehr interessante Studie. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, verlinke ich euch da oben. Und jetzt eben, wie gesagt, am 7.07. um 19.07 Uhr wurde das finale Serienmodell vorgestellt mit dem Namen X-Bus. Ich muss sagen, ich finde den Namen E-Busy eigentlich treffender. Ich fand den schön. Es hat zwei Dinge ganz deutlich ausgedrückt. Einmal für das E stand natürlich die Elektromobilität. Es ist ein Elektrofahrzeug. Und Bussy hat jeder gleich im Kopf gehabt, es ist irgendwas Kleines. Der X-Bus, X, verbinde ich immer mit etwas Großem. Das Tesla Model X. Und ja, X ist für mich immer groß. Und ein X-Bus sagt natürlich jetzt auch nichts über die Elektromobilität aus, dass es ein Elektroauto ist. Also E-Busy fand ich schöner. Manchmal finde ich es nicht gut, dass dann irgendwo vom Prototypen oder von der Studie zur Serie dann immer groß noch an einem Begriff gefeilt werden muss unbedingt, obwohl sich ein anderer Begriff etabliert hat. Finde ich schade. Aber seitdem hat sich einiges getan. Und das schauen wir uns heute mal alles zusammen an. Der X-Bus ist da. Jetzt konfigurieren und reservieren. Hier sind wir auf der offiziellen Seite von Electric Brands. X-Bus, ein modulares Konzept. Das habe ich euch auch schon mal im Ursprungsvideo vorgestellt, dass das eben eine Art Fahrgestellung ist. Da gibt es zwei verschiedene. Einmal eine Offroad-Variante und einmal eine normale Straßenvariante. Und dort drauf kann man sich je nach Belieben selber einen Aufbau drauf konfigurieren. Und das Schöne ist, dieser Aufbau ist nicht nur einmalig. Ich muss mich nicht einmalig entscheiden, wie zum Beispiel bei einer T-Serie von VW, ob ich einen Camper mit Aufsteltdach haben will. Oder ob ich einen Multivan haben will. Oder ob ich eine Küche drin haben will oder nicht. Nein, beim X-Bus, das ist ja das Interessante an dem ganzen Konzept, kann man sich mehrere Aufbauten kaufen und je nach Bedarf umbauen. So, die Story schauen wir uns jetzt nicht groß an. Vom X-Bus, wie wir da hingekommen sind, zum Leichtkraftfahrzeug, also L7E. Und ja, ich verlinke es wie immer unten. Könnt ihr euch dann selber mal durchlesen. Seidem die Geschichte, wann was rauskam und so weiter. Das Ziel ist natürlich auch die CO2-Ersparnis. Gehen Sie hier drauf ein, wie viel CO2 durch den E-Bus oder wie viel Tonnen CO2 eingespart werden können gegenüber einem normalen Fahrzeug. Und unten drunter kann man dann natürlich, kann man natürlich sich zum Use-Later eintragen und dann weiter auch für die, für den Bus, also vorreservieren. Kann man auch hier oben drauf klicken. Aber wir schauen uns jetzt den Bus mal an und gehen in den Konfigurator. So, willkommen bei unserem X-Bus-Konfigurator Lite. Okay, hier oben sind die ganzen Modelle. Da geht es ja beim ganz links, hier sieht man schon den Camper. Hier sieht man, ich glaube, das ist dieser Cabrio. Es gibt ein Pickup, es gibt ein ganz normales Familienfahrzeug und so weiter. Hier sind die Länder, wo man überall reservieren kann. Und hier unten geht es jetzt los mit den Modellen. Hier der normale Pickup, das ist auch nicht die Offroad-Variante. Das Modell Freedom geht bei 17.380 los. Aber da kommen wir später dann nochmal hin zu den ganzen Preisen. Da habe ich eine schöne Übersicht gefunden. Und hier könnte man sich jetzt durchklicken zum normalen Bus zum Beispiel, zum Kipper. Jetzt muss ich mal hier oben schauen. Genau, hier kann man jetzt das Modell ändern. Genau, vom Freedom, dann gibt es hier den Bus, also den klassischen, ich weiß nicht, wie viele Sitze jetzt da drin sind, mehr Sitzer, aber da kommen wir schon an die erste Hürde, weil das ja ein Leichtkraftfahrzeug ist, dürfen da generell nur drei Personen drinnen Platz nehmen. Der Kipper, also für Lasten. Der Koffer, mit dem hat er auch das größte Kofferraumvolumen, aber da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Der Universale, der Pickup, also dass hier immer noch Leute sitzen können und man hat hinten noch eine Ladefläche. Der normale Pickup, also ohne zusätzliche Sitzreihe, dafür größere Ladefläche. Der Open, also Cabriolet, hinten dann mit Surfbrett-Halterung. Und für uns das interessanteste Modell natürlich der Camper, wo man hinten und vorne, hinten und oben so Ausfahrten machen kann, dass man hier Stehhöhe hat oder hinten auch ausfahren kann, um eine anständige Liegefläche zu haben. Genau. Der X-Bus von Electric Brands ist wie ein Schweizer Taschenmesser, schreibt die Autobild. Und damit haben sie auch recht. Dadurch meinen sie, dass man halt, wie ich vorhin gesagt habe, viele verschiedene Aufbauten machen kann, viele Variationen machen kann und das macht er auch wirklich gut. Es ist ein Leichtkraftfahrzeug, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen und deswegen ist der einfach als Single-Pärchen oder maximal mit einem Kind gedacht. Aber wenn man als Pärchen in einem kleinen Urlaub oder in einem rustikaleren Urlaub fahren will, ist der super. Und darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen. Eine Länge hat er von knapp 4 Meter, genau 3,95 Meter, also relativ klein. Mit 1,63 Meter Breite auch relativ schmal. Mit 1,96 Meter Höhe eigentlich ganz normales Auto oder ganz normaler Bus. Der VW, die T-Serie, hat auch knapp 2 Meter. Der Radabstand beträgt 2,20 Meter. Es gibt eine höher gelegerere Offroad-Variante, wie ich vorhin gesagt habe. Damit ist er 6 Zentimeter breiter und 8 Zentimeter höher. Mit den Maßen hat er ein Leergewicht von 450 bis 600 Kilo. Kommt ein bisschen darauf an, ob man eben die Standard- oder die Offroad-Variante nimmt und auch welchen Aufbau man verwendet. Die haben natürlich auch unterschiedliche Gewichte. Der X-Bus gehört dazu in die gleiche Klasse wie ein Renault Twizy oder auch der Mikro Lino. Der X-Bus ist nicht nur dafür gedacht, als Privatcamper oder Kleinfamilien durch die Gegend zu transportieren, sondern auch als Nutzfahrzeug. Und dafür gibt es eben auch diese unterschiedlichen Aufbauten. Zum Beispiel hat er als normaler Bus ein Kofferraumvolumen, wenn die Sitze oben sind, von 1.300 Liter. Wenn man die Sitze umklappt, sogar von 2.770 Liter. Der Pick-Up fasst ohne diese 2. Sitzreihe 1.150 Liter mit der Doppelkabine, also mit der 2. Sitzreihe, allerdings nur 480 Liter. Und den größten Stauraum hat er mit diesem Kofferraumaufbau, wie ich auch vorhin gesagt habe, von 6.430 Liter. Also das ist schon allerhand. Die Zuladung hat ja nicht nur immer was mit dem Volumen zu tun, sondern auch mit dem Gewicht. Und daher, dass es ein Leichtkraftfahrzeug ist, ist da bei 1.600 Kilo Schluss, was man da zuladen kann. Oder beziehungsweise als, ja genau, die Zuladungsgrenze. Für uns Camper relevant ist natürlich auch immer, darf er einen Anhänger ziehen? Hat er überhaupt eine Anhängerkupplung? Und wenn es nur für Fahrräder ist? Das ist leider noch nicht bekannt. Es ist noch nicht bekannt, wird er eine Anhängerkupplung haben? Und dann natürlich auch noch nicht, welche Gewichte an Anhänger darf er dann ziehen? Das Konzept wurde 2020 vorgestellt unter E-Bassi. Das wissen wir schon. Und soll 2022 das erste Mal auf den Straßen rumfahren. Autobild sagt, dass das Design sehr am VW T3 erinnert. Wenn ich mir das so anschaue, weiß ich nicht. Mit viel Fantasie vielleicht. Mich hat mir ein Zuschauer gefragt, ob er Schiebetüren haben wird. Nein, das wird er nicht haben. Der hat dabei Electric Brands nachgefragt. Vielen Dank dafür. Das sind Klapptüren hier, ganz normal, die nach hinten aufgehen. Hier sieht man die Scharniere. Keine Schiebetüren. Finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, man hätte hier irgendwo, vielleicht liegt es eben dran, welchen Aufbau man hat, hätte man Schiebetüren bestimmt unterbekommen. Und Schiebetüren sind beim Bus unendlich praktisch, wenn es eng ist, beim Einparken und so weiter, dass man halt diese großen Türen nicht hat. Und wenn ich mir hier anschaue, die Türen sind hier schon groß und vorne natürlich auch. Und so eine Tür, die verbraucht einfach wahnsinnig viel Raum, wenn die geöffnet wird. Also da sind Schiebetüren einfach Gold wert. Also wie gesagt, an T3 erinnert er mich jetzt nicht. Also hier schreiben sie noch ein bisschen was vom Design, von den runden Scheinwerfern, von den Zierelementen und so weiter gehe ich jetzt nicht so stark drauf ein. Als nächstes gehen wir mal auf den Innenraum. Da ist ein Lenkrad. Das Lenkrad ist etwas rustikal und gewöhnungsbedürftig mit diesem Ries, also Multifunktionslenkrad, mit diesem Riesenknöpfen da. Ja, vielleicht wollen sie es irgendwo minimalistisch halten oder so, oder rustikal aussehen lassen. Aber ich glaube immer, das hat nichts mit einem Preis zu tun, da ein bisschen elegantere Knöpfe zu verbauen. Aber wie gesagt, das ist ein bewusstes Design-Element. Als nächstes schreiben sie, es gibt hier in der Mitte eine 10,2 Zoll, ein aufgesetztes Zentraldisplay. Und wie man sieht, ist das auch das einzige Element. Also man hat hier vorne Lüftungselemente, aber keine Front mehr, wo jetzt zum Beispiel ein Tacho oder sonst irgendwas drin ist oder sonstige Displays. Also es erinnert ein wenig am Konzept vom Model 3 von Tesla, dass man eben nur noch in der Mitte da ein Display hat. Ich erinnere mich, dass es da mal rechtliche Diskussionen gibt und es überhaupt zugelassen ist. Weiß ich jetzt nicht, wie das da ausging. Könnt ihr mir gerne unten mal kommentieren, wenn ihr darüber Bescheid wisst, wie das beim Model 3 da weitergeht. Und der kommt ja dann in eventuell ähnliche Schwierigkeiten damit rein. Was cool darin ist, das Display scheint, oder das Multifunktionselement, scheint da aber auf relativ neue Technik zu setzen. Also CarPlay oder Android Auto soll man problemlos dran koppeln lassen und funktioniert damit. Ja, Radiosender etc. Lautstärke geht natürlich alles über das Multifunktionslenkrad, bestimmt auch über das Display. Die Serienausstattung ist relativ spartanisch, schreiben sie hier. 16 Zoll Felgen, Stoffsitze, aber schlüsselloser Zugang sind immerhin dabei. Alles andere ist ein Extra. Und zwar die Klimaanlage, die Einparkhilfe, die Rückfahrkamera, die Ledersitze und ein Laminatfußboden sind alles, ist alles aufpreispflichtig. Was ich noch vergessen habe, was relativ wichtig ist, ist ein Solardach, was die Batterie lädt. Also das soll irgendwo 200 Kilometer mehr Reichweite bringen am Tag. Steht hier unten noch irgendwo dabei, sehen wir gleich. Also würde ich sagen, ein ganz wichtiges Element und das soll standardmäßig dabei sein. So, jetzt kommen wir mal auf die Reichweite und auf die technischen Daten des Motors. Also 1200 Newtonmeter ist ja eigentlich ganz ordentlich für so einen Leichtkraftwagen und 800 Kilometer Reichweite sind der Hammer. Also ja, man muss jetzt auch erstmal in Einklang bringen, den Akku nicht zu groß zu machen, dass das Fahrzeug nicht zu schwer wird. Umso schwerer das Fahrzeug, desto größer ein Akku braucht man wieder. Ein Akku verbraucht zusätzlich wieder Gewicht, und bei so einem kleinen Wagen einen so großen Akku oder eine so eine Reichweite zu erzielen, finde ich jetzt nicht, darf man nicht unterschätzen. Der X-Bus kommt mit vier Radnabenmotoren. Das hat einen Vorteil, kriegt man später auch nochmal mit, dass der sich halt auch im Stehen drehen kann. Kennt man auch von anderen Modellen teilweise. Er hat 15 kW Leistung, also 20 PS, kann aber kurzfristig mal beim Beschleunigen auf 56 kW, also 76 PS, hochdrehen. Das reicht auch für so ein leichtes Teil. Dementsprechend stehen eben beachtliche, sind ein beachtliches Drehmoment von 1200 Newtonmeter, wie ich auch schon gesagt habe. Mit den vier Motoren habe ich schon gesagt, also er hat Allradantrieb und kann wieder Rivan Pickup auf der Stelle drehen. Bei 100 kmh ist er abgeriegelt und die Akkus, wie sie auch schon in der Studie hatten, ist modular aufbaubar. Standardmäßig sind 10 kWh Akku verbaut, mit denen man eine Reichweite von 200 km schafft. Das Ganze lässt sich dann modular erweitern, bis zu einer Gesamtakku Größe von 30 kWh und mit der man dann eine Reichweite von 800 km schafft. Hier ist dann auch nochmal eben erwähnt, dass das Solardach zusätzliche 200 km am Tag nachlädt. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wie die Sonne scheint. Und jetzt, mich hat mal ein Zuschauer gefragt oder gesagt, dass der X-Bus, beziehungsweise damals der E-Bassi, nicht viel in Frage kommt, wegen der sehr langsamen Ladeleistung. Und hier steht eben jetzt auch dabei, er ist schnell ladefähig und die Batterien sollen innerhalb von oder weniger von einer Stunde, also sagen wir mal in der Dreiviertelstunde, nachgeladen werden. Jetzt kann ich euch nichts sagen, weil hier keine Ladegeschwindigkeit dabei steht. Zählt das für die 200 oder für die 800 km Reichweite, also für die 10 kWh Batterie oder für die 30 kWh Batterie? Oder ist die Schnellladeleistung ähnlich wie bei anderen Autos teilweise auch von der Batteriegröße abhängig? So genau steht es jetzt hier nicht drin, aber er ist schnell ladefähig und wir behalten uns mal im Hinterkopf weniger als eine Stunde wieder aufgeladen und damit ist es für mich schon in Ordnung. Hier unten geht man eben dann nochmal darauf ein, dass es darauf keine Umweltprämie gibt, weil es ein Leichtkraftfahrzeug ist und es deswegen eben leider keine Umweltprämie gibt. Ganz unten steht es genau, Leichtfahrzeug, keine Umweltprämie. Anfang tut es bei 17.380 Euro und aufhören tut es dann und den Bus gibt es dann ab 21.560 Euro und dann aber auf die Preise gehen wir nochmal auf der drauffolgenden Webseite ein, da ist es eigentlich schön gezeigt. Der Offroad Camper, der für uns am interessantesten ist, hat serienmäßig natürlich eine Küche, Frischwassertank, einen Kühlschrank, den Fernseher, oh cool, 2,10 x 130 Meter große Liegefläche hat er hinten drin und wird ab 31.680 Euro angeboten, die Offroad Variante schon. So, aber wie ich gesagt habe, hier haben wir nochmal eine Webseite von motor1.com und hier möchte ich gar nicht so groß auf die ganzen Dinge hier oben eingehen, die vergleichen es zum Beispiel eher mit dem T2 Baureihe, da erinnert er mich schon mehr dran als am T3, aber egal. Aber worauf ich hauptsächlich eingehen möchte, ist hier mal diese Preisstruktur. Also die ist hier schön aufgebaut, es gibt den Standardbus, der fängt eben bei 21.560 Euro an oder die Offroad Variante immer gute 2.000 Euro mehr. Und das geht eben immer weiter. Wenn euch das jetzt mal interessiert, dann könnt ihr mal kurz auf Pause machen. Es geht weiter zum Camper. Da gibt es ein Camper Modul 1 und 2, wo es eben losgeht bei der Standardvariante bei 29.480 Euro und die Offroad Variante von 31.680 Euro. Was alles dabei ist, habe ich eben gerade eben schon gesagt. Also einiges. Und das Coole an diesem X-Bus ist ja, man kann sich verschiedene Aufbauten kaufen. Man kann sich den Camper Aufbau kaufen, was zum Beispiel Sinn macht, den Transporter Aufbau und vielleicht den normalen Bus Aufbau, sage ich jetzt mal. Was ich euch nicht sagen kann, ist, was die einzelnen Aufbauten kosten ohne den Grundbus. Weil den Grundbus, den muss man ja nur einmal kaufen. Wenn man sich den jetzt kauft und man kauft, Entschuldigung, verschiedene Aufbauten drauf, kann man die angeblich selber in der eigenen Garage wechseln, diese Aufbauten. Klar, man muss auch erstmal den Platz haben, diese Aufbauten irgendwo zu lagern. Die will man ja auch nicht draußen irgendwo auf der Straße lagern. Die will man dann irgendwo ein bisschen geschützt lagern. Aber das soll wohl gehen mit relativ wenig Aufwand, dass man diese Aufbauten immer wieder, was man gerade braucht, draufpackt. Ja, das war der X-Bus, frühere E-Bus, ich finde den Namen immer noch cooler, von Electric Brands. Bitte schreibt mir mal, was ihr von dem Bus haltet. Also er hat seine Nachteile, er hat seine Vorteile, aber ich finde einfach für den Preis bei einem Start von 17.380 und einen Höchstpreis vom Camper von 31.680. Ja, da ist für jeden irgendwo was dabei. Und auch dieser modulare Aufbau, ich finde das Modell schon interessant für ein Pärchen oder sonst irgendwas. Man hat mehrere Autos in einem, was man wechseln kann. Ist mal eine neue Herangehensweise. Wie gesagt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr von dem Modell oder von dem Bus oder von dem Konzept, von dem generellen Konzept auch haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und aktiviert auch gleich die Glocke. Ich werde auch wie immer ein paar andere Videos noch da drüben auflisten, auch zum Beispiel das Ursprungsvideo vom E-Busse und genau und auch eine Playlist von generell Vans, Elektro-Vans im Campingbereich. In diesem Sinne sage ich euch danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit und wir sehen und hören uns wieder hier auf diesem Kanal. und wir sehen uns wieder